Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Apokalypse. So, ähm, ja, wir haben ja letztes Mal hier aufgehört und nicht wundern, wenn ihr mir Vorschläge oder so gegeben habt für irgendwelche Mods oder so. Die konnte ich noch nicht lesen, weil die erste Folge noch nicht mal draußen ist. Also ich nehme heute das zweite Mal an dem Tag auf und, äh, wird dann, weiß nicht, ab irgendeiner Folge wird das dann übernommen von mir. Also nicht wundern, ich habe es halt noch nicht gelesen. So, wir fangen an und ich habe einen neuen Mod drauf und zwar der Backpack-Mod. Ähm, das Problem ist halt, ihr seht, ich habe alles voll und viel von dem Zeug brauche ich sogar. Und deswegen haben wir entschieden, den Backpack-Mod drauf zu machen. Dafür brauche ich acht Leder und dann kann ich mir den ersten Backpack machen. Äh, ja, und deswegen heißt es jetzt erstmal unsere wichtigste Aufgabe, Kühe schlachten. Und, ja, das wird einfach viel, viel angenehmer sein, dann noch so ein Backpack zu haben. Wir behalten trotzdem unser Ziel im Auge, achso, wir haben gerade friedlich. Wir halten trotzdem unser Ziel im Auge, nach Süden zu gehen. Und, ja, das ist erstmal die Aufgabe. Erstmal, oh, achso, warte, äh, ich hatte hier noch Distance Far. So, ähm, ja, nach Süden zu gehen und halt, was ist das da? Eine Holztür, okay. Ich habe meine Fackel gar nicht ausgewählt. Ah, ich habe sie hängen lassen. Wah, die ist hängen geblieben. Hahaha. Witzig. So, nein, hier war es nicht. Ähm, hm, 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 wo war das denn? Fuck. Hier, oder? Ja. Puh. Jo. Ach, ja, genau, wir hatten das Buch gefunden. Hm, lesen wir mal vor. Ist nicht so viel. Problem ist halt, Englisch, ne? Also, nicht mein Problem, aber, bevor ich das jetzt übersetzt hatte, sind viele Wörter drin. Scheiße, das ist ein blödes Englisch. The gathers super flourish. Naja, ich mache das mal so. Da beschweren sich eh viele, wenn man, egal bei welchem Spiel, wenn man immer was vorliest. Ähm, ich mache es so, ihr könnt jetzt Pause drücken, könnt das lesen. Und hier genauso Pause drücken und lesen. So hat jeder was von. So, ähm, das Buch behalten wir trotzdem mal, da können wir ja später mal einen Rucksack extra dafür machen. Die Tür kann man wegschmeißen. So. Jetzt geht's weiter. Und in welches Haus wollten wir rein? Nicht in dein Haus, oder? Doch, in dein Haus. Können wir ja mal vorbeischauen. Kakaobohnen. Hm. Ich werde auch nicht in jedes Haus gehen, obwohl es möglich wäre und vielleicht auch ein bisschen profitabler. Aber, da würden wir ja nie fertig werden. Beziehungsweise, wir wollen ja auch nicht richtig fertig werden. Wir wollen einfach vorankommen. Und das können wir so nicht, wenn wir hier... Fuck, ey. Kann ich die nicht so da durchschlagen, oder so? Okay. Oh. Helplander Farbstoff. Fermi. Spinnauro. Knochenmehl. Okay. Okay. Ah, das ist eine Kuh. Holen wir uns gleich. Äh... Das da oben bauen wir mal gerade ab. Hoffentlich ist da was drin. Ah. Nichts. Okay. Nichts. Ist da wenigstens... Ich glaube, wenn das so gebaut ist, dann ist extra nichts drin. Nein. Okay. Oh, war die Kuh... Wow. James. Ich schreck mich nicht so. So, aber kein Leder. Schade. Naja. Mhm. 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 War das Süden? Süden, Süden, Süden. Ach, sieh an. Im Süden ist das Startgebiet auch. Haben wir einen schönen Umweg gemacht. Naja. Passiert. Ist ja auch. Egal. Hauptsache, wir kommen voran. So. Warte, das Fleisch brauchen wir nicht. Kloster und Staub. Und nicht. Kürbiskern. Nein. Ist das? Papier. Hm. Okay. Na, James. Hm. Sollen wir mal den Namen wegmachen? Hm. Na, ich lasse es erstmal so. Jo. Ne, hier war noch schon, glaube ich. So eine mal. Ist das jetzt Süden? Westen. Süden. Die Richtung. Okay. So, das können wir hier schon alles. Die Kuh nehmen wir noch mit. Ich meine, wir brauchen nur drei Leder. Hinten ist auch noch eine. Vielleicht schaffen wir sie jetzt. Da hätten wir schon mal den ersten Rucksack. Das wäre schon mal gut. Haben wir eins? Fünf immer noch. Ah, sechs. Okay. Schwein nehmen wir trotzdem mal mit. Es wird dunkel. Fuck. Okay. Iiii. Da drin ist eine Spinne. So. Kuh, Kuh, Kuh. Wo war sie? Die war doch hier, oder? Die... Da hinten ist sie. Hier war keine. Mehr. Ah, Zombie ist wirklich dunkel. Fuck. Kuh. Ah. Sehr gut, James. Ein Leder brauchen wir noch, oder? Waren das zwei? Äh, acht. Wir haben... Okay, wir können uns in Ruhe verbauen. Okay, James, James, James. Jetzt lassen wir mal die Zombies in Ruhe. Die haben ja noch nichts getan. Äh, schnell hier rein. Hier rein, hier rein. Ah, da ist ja auch was drin. Egal. Das kloppen wir tot. Okay. James. Egal. Dem ist das egal. Puh, okay. Bett, Bett, Bett. Kein Bett. Fuck. Na gut. Äh, wir müssen in irgendein Familienhaus. Oder wir können ins Startgebiet. Komm, wir rennen da schnell hin. Ah, hier in den Häusern war ein Bett. Stimmt. So, ist hier was drin? Diamant! Oh, geil. Sirus-Bett. Okay, wir schlafen. Geht zum Glück. Okay. Stehen sie an unserer Tür? Ne, da steht James. Okay, ähm, Richtung Norden-Süden. So. Irgendwann, da die Schweine nehmen wir natürlich mit. Ah, wir können jetzt jetzt den Rucksack machen. Stimmt. Ähm. So, wir brauchen als erstes die Werkbank. Die habe ich hier. Also, ich hasse so einen vollen Rucksack. Deswegen, dieser Mod ist eigentlich ein Segen, echt. So. Und dann. Achso. Ja, oder wir können uns halt noch eine Farbe aussuchen. Äh. Na, wenn es auch so geht. Machen wir das so. Okay. Jetzt haben wir den Backpack. Können wir ihn anwählen und da das Zeug reinmachen. So. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht in naher Zukunft. Dir geben wir mal kurz Essen, bevor ich es vergesse. Äh. Achso, ich muss es unten an der Leiste haben. Hier. Ich kriege mein letztes Steak. Damit du nicht wegläufst. Ähm. So. Das kann man da rein. Das, 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 das. Das. Alles, was wir nicht sofort brauchen. Man kann übrigens auch so viele Rucksäcke haben, wie man will. Das ist auch sehr cool. Und ja. Äh. Das und das noch. Und den kann man wegschmeißen. Sehr cool. Da haben wir hier den Rucksack. Aufziehen kann man den, glaube ich. Nein. Nein. Wäre auch sinnlos. So. Okay. Cool. Leeres Inventar. Trotzdem alles dabei. Das nehmen wir wieder mit. Dann ab in den Süden. Oder wollten wir Richtung Norden. Ne, Süden wollten wir am Ende. Genau. Ab in den Süden. Oh, cool. Komm her. Naja. Wenigstens. Fleisch. Komm. Oh, ich brauche wieder eine neue Axt. Also, nein, nicht Axt. Äh. Schwert. Kolben. Was da so ist. Was ist das für ein Gebäude? Boah. Nirgends, wo ich rein will. Ah, James. Lass dich doch nicht immer drauf ein. Irgendwann stirbst du und dann holst du. Weißt du. Äh. Ja. Wir gehen mal ins... Komm. Wir machen einen Abstecher ins, ähm... Anfangsgebiet. Wo geht der nicht hier hin? Hallo? Mhm. Mhm. Nichts für mich. Warte. Hier kann man noch gucken. Oh, Truhe. Schere. Kann man mitnehmen? Muss man nicht. Ach, das war... Ah. Ein Barbershop. Also, Friseur. Mhm. Interessant. So. Was wollten wir jetzt eigentlich nochmal machen? Ich hab's vergessen. Ähm... Also, wir können ins Anfangsgebiet jetzt erstmal laufen. Genau, wir werden... Ja, ich hab einen Plan. Oh, cool. Ach so, genau. Wir waren noch dabei, dass mein Schwert so gut wie kaputt ist. So, das bedeutet, wir werden uns... Haben wir Holster... Ja, stimmt. Holz haben wir. Dann sehen wir die mal kurz an. Holen das Holz raus. Ähm... Ein Werkbau kann man... Ach, ne, die haben wir hier. Okay. Das können wir ja schnell mal hier machen. Machen wir uns eine... Axt. Damit wir gerade mal... Obwohl, wir haben ja auch Pflasterstein. Stimmt. Äh... Ich will nur eine Axt haben. Dann brauche ich drei Stück für. So. Genau. Weil dann werde ich gerade mal Holz hacken. Und dann werde ich mir neue Tools bauen. Und für Kohle auch. Gehört ja alles dazu. Die Frage ist, ob wir uns später mal... Wenn wir alles... Also, wenn wir alles erkunden haben, bestimmt. Äh... Wenn das irgendwann mal der Fall sein sollte. Ähm... Die Frage wäre halt noch, ob wir uns ein eigenes Haus bauen irgendwann mal. So ein Unterstupf. Also erstmal werden wir auf jeden Fall nur... Äh... So... Rumwandeln. Einfach, weil... Es so viel zu entdecken gibt. Ja. Und dann mal schauen. Vielleicht lassen wir uns am Schluss dann mal nieder. Und... Gründen eine Familie. Ja. Wie das halt so ist. Ach, ich hab meine Werkbank stehen lassen, oder? Ja. Wie viel Holz haben wir jetzt? 11, 19 Dörf. Und... Okay. Dann bauen wir noch ein bisschen solches Holz ab. Die 19 Birkenholzdinge... Ist so Birkenholz, oder? Ja. Die werden wir dann für Kohle benutzen. Weil die an der anderen... Oh Gott, ist das hier... Mein Skype, mein Skype, mein Skype. Entschuldigung. So. Beschäftigt. Äh... Ja. Wo war ich? Ich hab meinen Faden verdorben. Ähm. Äh. Ich hab's echt vergessen. Keine Ahnung. Na gut. Was wir natürlich auch noch brauchen werden, ist... Äh... Eisen. Und... Stimmt. Vielleicht sollten wir erstmal noch mehr... Ah. Noch mehr Eisen suchen, bevor wir uns weiter nach Süden begeben. Weil ich... Ich weiß, dass es in der Stadt noch mehr Eisen gibt. Und... Vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht, wenn wir das erstmal... Machen würden. Ach Gott. Ich liebe mich. Äh. Ich... Ich meine, ich liebe diese Welt. Haha. Ah, Reflex. So. Geil. Eisen. Ganz viel Eisen. Das war jetzt Zufall. Ohne Scheiß. Das hatte ich nicht erwartet. Ja gut, dann... Müsst ihr... Mir nicht mehr zuhören. Haha. Wir gehen doch weiter nach Süden. So. Geil. Können wir uns gleich eine Ammo-Box bauen. Mal schauen, wie... Was wir dafür brauchen, um... Oder was wir... Am Ende... Oh, da ist ja noch mehr. Äh... Was wir da noch brauchen, um... Waffen dann zu bauen. Wenn wir die haben, ist das alles immer halb so schlimm. Ihr habt ja gesehen, wenn dann... Erstmal Nacht ist oder halt dunkel unter einer Brücke. Da ist man ganz schön am Arsch auf... Dem härtesten-Schwierigkeitsrad. Aber naja. Da geht's übrigens in den Dschungel rein, sehe ich. Hm. Boah, wat'ne Arbeit, ey. Hier wächst wohl natürlich Eisen oder so. Kann ja sein, ne? So, ähm... 36 Eisen jetzt. Sehr geil. Wir haben auch noch in dem Rucksack was. Fünf Stück. Äh... So, dann werden wir jetzt erstmal ins Dorf gehen. Ich muss jetzt erstmal gucken. Vielleicht hat er ja alles, was wir brauchen. Äh... Ja, der hat alles. Okay. Sehr cool. Dann... ...wird jetzt erstmal unser Loft hier. Jo, als allererstes... Ähm... Stillen... Ach, ne, das geht ja nochmal um die Werkbank. Äh, Werkbank hat er nicht. Ach, ich fordere die oder meine nicht. Egal, wir haben genug. Stimmt, dafür brauche ich auch keine Werkbank. So. Trotzdem. Ich habe meine stehen lassen. Die würde ich wieder. So. Ähm... Ja, als allererstes... So. Machen wir uns zu Holz. Pilz. Mhm. Aha. So. Ist das graue Fahrschlopf? Mhm. Äh... Pilz kurz hier wegschmeißen. Oder... Diese Redstone-Scheiß hier. So.